Ja, hallo Leute und damit willkommen zurück auf Secret of Simon und zu einem weiteren Redstone Tutorial. Heute möchte ich euch mal diese Garagentür hier vorne zeigen. Wenn wir einmal den untersten Button drücken, öffnet sich das Ganze. Nach einer kurzen Zeit können wir dann durchgehen. Auf der Innenseite können wir dann diesen Button drücken, um das wieder zu schließen. Und ja, hier hinten haben wir einmal die Schaltung ohne das Drum und Dran hier. Und wie ihr seht, ist die sehr klein und basiert auf dem 4x4 Sandtürdesign, was ich am Mittwoch vorgestellt habe. Wenn ihr das verpasst habt, könnt ihr jetzt mal oben rechts auf die Infocard klicken. Und ansonsten zeige ich euch, wie ihr das Ganze jetzt bauen könnt. Anfang tun wir mit einem Bereich, der ganze 14 Blöcke lang ist, 8 Blöcke in die Breite geht und 8 Blöcke auch nach unten. Und natürlich brauchen wir auch noch 1 Stick und 50 Redstone, 33 Repeater, 5 Redstone Fackeln, 36 Pistons, 21 Sticky Pistons, 29 Gravel, 4 Buttons und ein Baumaterial unserer Wahl. Ja, hier unten habe ich schon mal etwas vorbereitet und zwar einen grünen Punkt. Und zwar liegt der 4 Blöcke von der linken und einen von der Unterseite entfernt, das ist wichtig. Ansonsten kommt ihr mit dem Platz nämlich nicht aus. Hier an dieser Stelle in der Luft unseren Start-Button platziert und weiter geht es dann dort hinter mit einer Line, die ganze 8 lang ist, mit Redstone obendrauf. Ja, davor habe ich schon was markiert und zwar kommt hier unsere Pistenwand hin, sage ich mal. Die ist 3 Blöcke hoch und zieht sich 7 Blöcke in die Breite, damit wir ein schönes 4x7 Tor nachher erhalten. So, hier obendrauf dann normale Pistons und darüber, ihr könnt es euch denke ich schon denken, Gravel. Und zwar 7x4 lang und das heißt, es bleibt genau ein Gravel übrig, wer rechnen kann. So, nicht vergessen, alles ausfüllen und dann solltet ihr ungefähr auf der Höhe eures Bodens sein. Ja, weiter geht es dann mit eurem Garagentor. Das könnt ihr natürlich designen, wie ihr wollt. Ich mache jetzt das schnell mal hin mit Quarz. Aber ich habe es vorhin ja auch schon mal gezeigt, wie es aussehen könnte dort drüben. Und ich denke, ihr habt dafür auch ein Händchen und könnt das auch ein bisschen selber designen. Ansonsten doch das Design von mir. Ja, Ansteuerung der Pistons hier unten ist wie bei der 4x4 Sandtür, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Hier eine Line mit Redstone und einem Block, der rechts ein bisschen absteht. Dort drüber wieder eine Line ohne den Block, der absteht. Und dort drüber eine normale Line ohne Redstone drauf. Die Ansteuerung ist wieder die gleiche mit einem Fackelturm hier an dieser Seite. Und einer Fackel hier, da fahren die sich einmal aus. Dann eine Fackel auf dieser Seite, wieder einen Block drüber. Eine Fackel hier hin, wieder werden sie ausgefahren. Dann ein Repeater auf einen Tick hier hin und ein Block hier hin. Hier haben wir dann eine Zweierlein, wie ich sie so schön immer nenne. Da sie einmal aus Redstone und Repeatern besteht und zwei breit ist, was das Design etwas größer macht. Aber ich muss schon sagen, das Design ist mir relativ gut gelungen. So, und hier dann Redstone drauf. Weiter geht es dann hier drüben an dieser Stelle mit dieser Fackel, die dann ein Signal in diesem Repeater hier gibt, der auf 4 Ticks gestellt ist. Der das ganze Signal einmal hier rumleitet. An dieser Stelle geht es dann einmal nach unten mit einem Repeater hier an dieser Stelle auf 2 Ticks. Redstone hier hin. Und natürlich verbinden mit dem Repeater dort vorn. Hier packen wir dann unseren Monostable Circuit hin mit einer Fackel, die das Signal hier einmal über Redstone weiterleitet. In einem Piston mit genau einem Gravel noch übrig. Und hier dann ein Repeater, der das Signal nach draußen gibt. In diesem Block und wieder eine Zweierlein an dieser Stelle. Also unsere Blöcke platzieren. Repeater auf einen Tick drauf. Wichtig nicht verstellen, ansonsten gibt euch das später nur Probleme. So, Redstone davor. Und schon sind wir damit fertig. Hier gehen wir einen nach außen und machen hier eine kleine Treppe mit einem Repeater hier hin und Redstone an dieser Stelle. Hier an dieser Stelle saugt ein Repeater sozusagen das Signal aus diesem Block hier mit 2 Ticks Verzögerung. Wichtig, auf 2 Ticks. Hier dann wieder eine Zweierlein hin und dort drauf, ihr könnt es euch schon denken, Repeater auf einem Tick. So, und davor natürlich Redstone. Wichtig, wieder aufpassen, dass ihr nichts verstellt. Hier vorne auch nicht vergessen. Und dann sind wir schon fast fertig mit dem Ausfahren bzw. Öffnen des Ganzen. Hier dann einmal nach außen und 2 Blöcke nach oben. Redstone hier drauf, ein Repeater an dieser Stelle auf 4 Ticks. Und schon sind wir damit fertig. Wenn wir jetzt einmal den Button drücken, sollte sich das Ganze einmal ganz ausfahren und in der Luft befinden. Und dann gehen wir einmal auf das Tor und gehen ganze 5 Blöcke nach oben. Die untersten 4 können wir dann wieder entfernen und packen dann hier genau 4 Pistens hin. So, ich ziehe das Ganze mal hier drüber. Das könnt ihr auch so machen. Dann lässt das Ganze nämlich leichter platzieren von unten. Alle Pistens, die ihr noch übrig habt, nach unten in das Garagentor zeigend. So, nachdem ihr damit fertig seid, könnt ihr die obersten wieder entfernen. Und dann sollte das bei euch so aussehen. Ich habe das gerade ein bisschen vorgespult, da es ein bisschen lange gedauert hat. So, weiter geht es dann mit der Ansteuerung. Die ist hier oben relativ leicht. Ihr geht als erstes mal hinter die Pistens und packt dann 4 Lines einmal untereinander. So wie ich das hier gerade mache. Und wenn ihr mit diesen 4 Lines fertig seid, packt ihr dann natürlich Redstone drauf. Danach ist einfach nur wichtig, dass die ein bisschen verzögert aktiviert werden und wie ihr das macht. Das zeige ich euch dann jetzt, nachdem ich die letzten platziert habe. So, das Redstone auf den Pistens stimmt natürlich nicht. So, das sollte dann bei euch so aussehen. Hier vorne gehen wir dann einen nach außen mit einem Repeater und einmal einen Block davor und einen Button. Allerdings müssen wir die natürlich jetzt noch verbinden. Dafür gehen wir hier hinten einmal einen nach außen und einen nach unten. Und bauen hier so eine Art C, umgedrehtes C. Mit einem Repeater hier an dieser Stelle auf 2 Ticks. Das Signal geht dann hier runter. Und das gleiche wiederholen wir jetzt auf diesen Ebenen. Nur, dass wir einmal rechts davon gehen. Und hier dann wieder links davon. So, und damit hätten wir das auch fertig. Hier dann an diesen Stellen Repeater auf 2 Ticks. Hier auf 2 Ticks. Und Redstone. Ich sagte Redstone an diesen Stellen. So. Nachdem ihr das alles verbunden habt, könnt ihr jetzt einmal den Button drücken. Und eurer Garage und Tor sollte sich wieder auf der normalen Höhe befinden. Ja, ich fülle hier jetzt mal ein bisschen Boden ein. Denn an dieser Stelle wird ja später eure Wand sein. Beziehungsweise hier an dieser Stelle haben wir unsere Wand. Und ein Block daneben ist dann unser Knopf zum Öffnen und der da drüber zum Schließen. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Knopf zum Schließen. Der ist nämlich leicht zu verbinden. Und zwar gehen wir da einfach in einer Spirale hier nach oben. Die lässt sich so bauen. Und das Signal passt auch ganz genau, dass es hier auch gut oben ankommt. Wenn ihr das so macht wie ich, dann solltet ihr damit keine Probleme haben. Oben angekommen, verbindet ihr das dann noch so. Und geht dann mit dem Signal wieder nach unten. Und könnt dann einmal hier den Button drücken. Und damit sollten sich alle Pistens ausfahren. Weiter geht es dann mit der Ansteuerung des untersten Buttons. Der geht einmal hier nach unten. Und das Signal leiten wir dann einmal mit einer schönen Treppe hier nach unten. So, einmal hier hin. Dann gehen wir hier einmal schön rum. Und an dieser Stelle leiten wir dann das Signal hier rein. So und so. Fast wie bei dem anderen. So, diese Blöcke nicht. Das heißt, ich habe den Bereich sogar zu groß gebaut. Aber das macht ja nichts. Mehr Platz ist immer besser. Hier dann ein Repeater mit Redstone an diesen Stellen. Und schon könnt ihr das Tor mit diesem Button öffnen. So, ihr habt schon gesehen, die Pistens da oben, die sich so eben ausgefahren haben, werden durch das Hochschieben des Tors einfach wieder zusammengedrückt. Sieht man so schön. Und dann seid ihr auch schon fast fertig. Hier könnt ihr das dann einmal um drei erweitern. Denn drin kommen natürlich auch noch mal Knöpfe hin. Hier an dieser Stelle geht ihr einmal nach außen und platziert hier einen Button. Habt damit euer Schließen von drinnen. Und das Öffnen von drinnen ist natürlich genau das gleiche. Ihr verbindet einfach dieses hier mit dem Button. Das gibt keine Probleme. Und schon könnt ihr es auch von drinnen wieder öffnen. Ich sagte öffnen. So. Und damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen kreativen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.